Schatz, ich würde heute Abend mit den Jungs rausgehen. Wollen wir nicht den Abend zusammen verbringen? Schatz, wir haben doch die letzten vier Abende zusammen verbracht. Ich habe das Gefühl, dass du irgendwie keine Lust auf mich hast und dann deswegen mit den Jungs rausgehst, um vor mir zu flüchten. Und dass du mit denen mehr Spaß hast als mit mir. Ich kann nicht verstehen, Schatz, aber es hat nichts mit dir zu tun. Wir hatten vier wunderschöne Abende zusammen, haben die Zeit genossen. Jetzt will ich einfach ein bisschen Zeit für mich und du hast ein bisschen Zeit für dich. Ja, das stimmt ja schon. Du weißt doch, ich mache mir immer so viele Gedanken. Schatz, immer wenn du schlechte Gedanken hast, sprich es an. Dann schaffen wir das aus dem Weg. Dann haben wir einen befreiten Kopf. Okay, ja, du hast recht. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Ich liebe dich. Ich freue mich, wenn ich dich wieder sehe, Schatz. Ich liebe dich.